Papa, 50 Euro! Ich hab's geahnt. Sag an. Ein Obstverkäufer ist 1,60 Meter groß und 40 Jahre alt. Meine Frage ist, was wiegt er? Hä? 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß? Kann man das lösen? Ja. Okay, logisch denken. 40 und 1,60 Meter. 4 mal 1,6 sind 6,4. 6,4 mal 10, 64. Warum auch immer, logisch ist es nicht. 64 Kilo. Falsch! Was wiegt er? Obst. Was sonst? Erstjahr Obstverkäufer. Ach, Blödsinn! Obstverkäufer! Mann, ich rechne hier! Nee, Mann, da zahl ich nix! Ich würd mal sagen, die 50 Euro gehören mir. Ey!